ich habe einen korb und was machen wir mit dem korb richtig nein falsch wir gehen nicht pilze sammeln wir gehen kartoffeln sammeln in den garten und da werde ich kartoffeln ausbuddeln und tomaten sind ziemlich abgeerntet da bin ich jetzt gleich noch was ein war schatz in der küche gemacht hat ja und hier im hintergrund durch ein bisschen basteln ein bisschen elektrik verlegen damit ich hier meinen kühlschrank da wieder hinstellen kann und allgemein haben wir hier dann ein bisschen mehr platz naja ok aber wir gehen jetzt nach hinten zum kartoffel ernten so sehr deshalb ein großer topf okay eine richtig schöne ausbeute angeleser mit tomaten soße für was verwendest du die alles schatz pizza ja weiter auf dem weg nach hinten schauen wir hier gerade mal rein paar äpfel und bönnen wo wir schon runter haben die werden wieder gesaftet mit den naschis müssen wir gucken wie man es dieses jahr machen so viel sind es auch nicht dieser war ja die ernte relativ schlecht hier drin sieht es mal richtig wüst aus in der reihe hier ist gar nichts aufgegangen von meinen märchen der mais aber der könnte bald fertig sein ernte fertig ja und hier sind bloß ein zwei märchen übrig geblieben und da sehe ich was und hier irgendwo war irgendwas naja egal der lauch bleibt ja noch stehen und hier haben wir die kadoppeln ja und hier drin ist auch nicht mehr so arg viel los ein bisschen noch ja gut da hinten hängt noch ein bisschen was dran sollte halt noch fertig rot werden ja dann wollen wir mal ich bin gespannt ob da überhaupt was rauskommt oh mann oh mann oh mann oh mann ich will das jetzt einfach mit der hand auf also hier sind anscheinend nicht mal mehr die drin was ich rein habe nichts 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 bis jetzt deppert als erste reihe absolut nichts da kommen wir hier raus kleine furzdinger naja und nein ich werde nicht tiefer graben müssen schauen wir mal in die letzte reihe das reicht ja nicht mal für das essen hier hier könnten auch noch raus kommen was für ein scheiß so 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 sehr enttäuschend nein ist nicht so, sonst hätte ich dickere Kartoffeln was ist denn das? ist das alles? ja alles? also alle Felder? ja in der ersten Reihe war gleich gar nichts drin tja Leute, wie Schatz gerade schon gesagt hat, ich habe nicht einmal so viele Kartoffeln raus, wie ich rein habe Kartoffelernte, Daumen nach unten, tja was solls? das machen wir nächstes Jahr wieder, ja probieren wir es nächstes Jahr einfach wieder aus so verrückt oder was? ja da haben wir einen Dünger drauf, wie die Bauern, schmeißen wir alles rein was wir haben wird nichts gedüngt, naja egal für einen kleinen Topf reichen sie aus und schauen wir mal was wir machen tja und das war's, ja Mais lasse ich noch ein bisschen stehen und Leute wir sehen uns, wenn ich die verarbeite ok, tschauikowski